Ja, willkommen zurück zu unserem 29. Part. Let's play Dead Space 3 together mit Mia, so John Gaming Guy und Mia, dem Xero. Ja, wir haben jetzt uns dieses komische, wie heißt das Teil, geschnappt da, diesen Schlüssel, den Codex, genau, den Pokédex. Ja, genau, den Pokédex. Ah, guck mal hier an. Und jetzt müssen wir diese hässliche Maschine einschalten, ausschalten. Was müssen wir denn machen? Einfach mal Krieger eingeben. Geht mal Krieger ein. Hier, warte mal da unten, guck mal, da unten sind doch Symbole. Ob Boden, haben die irgendwas so bedeuten? Wie es könnte. Aber das Symbole habe ich noch nie gesehen. Das da, unten. Das da. Ah, und das dritte ist halt der Strich mit dem, genau. Das steht sogar bei mir als Untersittel. Echt? Ja. So, das müssen wir als nächstes. So, wie sehe ich jetzt, was als nächstes hin muss? Das ist eine gute Frage. So, und jetzt, vielleicht nur öffnen. Weißt du noch was vom Öffnen? Ich kann da gar nichts mehr machen. Vielleicht einfach hingehen. Das war ja, die war noch nie die Idee. Ja, warum nicht gleich so? Ja. Da hast du ja doch gesagt, warum hörst du die Augen nicht? Weil das immer, dass du gesagt. Ja, siehst du mal. Du hast es wieder. Hast du dir nur das, was du hören willst? Ich höre schon die Stimmung. Hey, es schwebt. Nein, hier müssen wir, glaube ich, nicht. Hier, oh Gott. Oh, fuck. Wo schießen? Ey, ich sehe hier nichts. Voll der Orientierungshuse, ey. Bin ich verweilt, Alter. Ah, da oben schwebst du schon mal rum, das ist schon mal gut. Teil von so einem... Wo sind wir denn hin? Folgen wir unauffällig. Oder ob mein Metall ist voll, scheiße. Egal. So. Sind denn die Viecher? Wie ich es wüsste. Meine Welt steht Kopf. Ich höre den Wupp, Wupp, Wupp. Ja, ich auch. Kann nicht den nirr. Ja, schwere Losigkeit auch loslassen. Ich habe gar keinen mehr. Ich habe gar keinen. So. Da durch? Nee, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Also irgendwie bin ich verpeilt. Mann, im Winter ist voll, sehr geil. Ups. Mensch. Ja. Scheiß, wie muss das sind? So, wir sind jetzt, wo bist denn du? Oh, nee. So, nee. Durch. Da geht's über durch. Also ich habe hier den Marker. So, und da aus. Und da. Ey, voll ein paar. Orientierungslos. Ich brauche einen Navi. Ja, dann benutze halt einfach mal dein Ding, ey. Deine Ordnungsscheiße da. das ist eine idee nein das habe ich aufwendung gemacht aber ich habe keinen kommen hier nicht durch durch die lücke nicht durch wo ich angeblich durch müsste nämlich jetzt verarschen und die unsichtbare wand ich komme da nicht durch ob ich was dafür könnte ja jetzt okay ich bin noch mal gelandet und noch mal losgeflogen ab in den spalten für da alle jetzt fliegt doch einfach mal nach oben ey das kann doch nicht so schwer sein ich komme durch diese öffnung durch die öffnung würde mich ärgern ich habe versucht durch die eine lücke dazukommen machte es nicht mehr oh mann ey womit habe ich das verdient hast du die jetzt auch aufgemacht ich war ja schon seit einem stunde da ach so na dann jetzt was zum teufel diese scheiben auf dem boden sie verbessern unsere tk tut aber auch höllisch weh wird wohl der preis dafür sein na das ist kacke probieren sie es aus wenn der schmerz nachgelassen hat probieren sie es aus wenn wir da jetzt ach du hast jetzt die aus dem weg geräumt oder das ich hab die gestapelt ey ne upgrade platine guck mal und ich kann sie wieder nicht einsammeln ich auch nicht gerne einen munitionsclip ja ich darf ja auch mal fehlen was heißt auch mal auch mal auch mal wieder was denn das oh wir sollten uns mal echt die gegner einteilung machen ich schieße auf alles was sich bewegt ach du schande ist ja noch so ein teil oh hier ist aber ne bench sehr gut kann ich endlich mal was ablegen ja du erstmal das einsammeln boah meine Güte was denn ja wie viel super potz langsam zurück ja meine sind da drei stück ja hab gar nicht irgendwie auf die meldung geachtet ich auch nicht aber wir müssen mal wieder bei einer pension cut machen ja das wäre man nicht schlecht dann machst du wieder einmal drei stunden mal nach gar nicht und wo sie waren gekommen ist ein aufzug wollen wir mit dem hochfahren oder die frage wo wir lang sagen ja hier können wir eigentlich nicht immer auch nicht vielleicht noch später nochmal hin oder so wer weiß und wer weiß partner wartet im aufzug partner wartet im anzug aber sie sagen jetzt sagen jetzt einfach weiter oder so ich weiß was die bei der serie habe ich da irgendwie geht es da irgendwann mal weiter oder wie geht es da irgendwann mal weiter ja ich weiß gar nicht bei welcher stapel ich bin da hinten ist ein Loch da kommen bestimmt vielleicht wie hier raus unglaublich oder ich nenne das oh fuck ob was schießt du was machst du da ah wir verbiegen das zeug wie machst du das was müssen wir hier machen ich habe keine ahnung freut mich doch nicht warte mal du kannst die kugel da warte mal guck mal da auf diesem symbole da die maschine die in der mitte müssen nach oben und auseinander genau sobald sie offen und sie alle und wie muss das andere gefolgt haben müssen um die letzte phase es gibt auch zwei damals links und einmal rechts aber erst jetzt machen wir erstmal das auf der linken seite ja wie lass mich mal ich bin der rätselkönig äh unbedingt halt nach oben hat's was getan ja was hat's getan was ist passiert da ist noch eine schaltfläche hochgefahren oh 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 ah ne nischt jude das gesehen ja was zum hänkerstack gerade passiert das ist keine stadt das alles hier ist die maschine sie sind der schrauber wie kriegen wir das hin wir halten uns an seranos hinweise und rekonfigurieren die maschine wir haben gerade eine verbindung zum herzen der stadt geöffnet wenn es ein kontrollzentrum für den kodex gibt dann da kommen sie darf ich weitermachen ich vermute dass das lichtding da hinten jetzt eine brücke darstellt oder irgendwie sowas und wir jetzt da lang können ja aber was ist dann mit der zweiten konfiguration da scheiße die zweite oder was lass dich doch nicht ablenken von sowas du bist echt so ein echt einfacher kacksoldat der über nichts nachdenkt der einfache kacksoldat hatte bestimmt schon 38 mal das leben gerettet also halt die schnauze hier noch nie oder was ja das zählt nicht zusammenriff oh 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 äh 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 alter du verstrengst auf ine Okay. Haben da noch welche? Boah ey, die nennt... Die hat die Stasi einfach... Bitch. Man, man, man. Sorry, dass ich das Wort so benutze, aber... Ja, echt. Solange sich das F-Wort ist... Ja. Hör bloß auf. Und warum? Jetzt? Star geht, kann man? Festhalten! Wie, festhalten? An was denn? Hallo? Kann man was machen? Warte. Uah! Wir schweben. Huiiii! Die menschliche Kanonen... Ach, scheiße. Oh nein, das hat im Weltraum doch schon nicht gut funktioniert. Mh... Und wir können jetzt auch einmal... Mh... Das kann ja was werden. Easy, easy peasy. Toll, guck mal, da oben leuchtet was. Mach doch mal. Okay. Und ich schieße auf alles, was rauskommt. Mh... Mh... Er spielt einem auch die Sound noch mal vor, hm? Glaubst... Ich weiß es nicht. Ich kann das halt nicht sehen da oben, aber ich glaub das war so. Nein, war's nicht. Soll ich's machen? Achso, okay. Nein, war's nicht. Okay, so, jetzt müssen wir da einfach hingehen. Wupp, wupp. Ja, hier ist ein Bot-Ding. Okay, 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 okay. Ob's danach irgendwann nochmal Dead Space 4 gibt? Guck dir erstmal das Ende von Dead Space 3 an und dann können wir das vielleicht auch nicht. Was ist das? Alter, der ist auch wunderbar. Ja, dann schütteln. Oh. Oh. Oh jetzt hier der massig material ich werde mit diesem super aufgeladenen effekt können wir den ich habe auch gliedmaßen per tk abhacken während sie sich noch bewegen perfekt danke für den tipp was geil äh du kannst den den necromorphs kannst du die gliedmaßen abreißen während sie noch leben ah ok abreißen nett ja aber wenn das auf den pads funktioniert ist ja auch doof ja aber wenn das immer funktionieren würde wäre das cool äh was haben wir hier stehen da noch zwei soll ich mal versuchen oder bist du naja mach äh 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 entweder ich jetzt das auf das getippt stimmt mich die ersten beiden ne das erste ist irgendwie zwei striche oben dann der querstrich und da gehen dann zwei schräg runter ja ist doch nein mach mal das erste nein bei mir hat er eben ein anderes angezeigt so das zweite stimmt ich versuche doch nochmal ne das dritte stimmt nicht dann mach das mal egal geben alle drei durch ok dann nimm das mal ne das hast du schon als erstes nein ne ne ich dachte das wäre das erste gewesen naja egal oh sprecherpump was sind zu früh oh man was säurebart was zu früh äh um Katzen machen ja dann sind wir jetzt bei 17 minuten wenn wir jetzt noch ne Bench finden dann kann man einen Katzen machen ja guck mal wir haben jetzt so viele neue Module und Zeugs gefunden äh was ein Teil funktioniert irgendwie nicht schick mich dahin woher kommen aber irgendwie ja wird so mitten dann auf bisschen komisch egal noch ein Tor die kommen hier runter da runter achja jetzt ah da das Problem ist wir können uns die nicht benutzen hey das ist aber nicht so gut diese haben wir doch noch ein Rätsel das erlösen können bevor wir einen Cut machen eigentlich müssen wir da draußen erstmal irgendwo was aktivieren bevor wir hier reingehen das kann sein also das äh Ortungssystem schickt mich hier hin können hier hinten noch so alles oh oh verdammt also hier sind wir bestimmt richtig also woher hinter mir da hat sie das fehlt abgezogen mir nicht nix also also von hier aus scheint es zwei primäre konfigurationspunkte zu geben den sie sicherlich bereits aktiviert haben und einen anderen wenn alle richtig zusammengesetzt und dann kann ich noch ein bisschen basteln wir sehen uns dann im dreißigsten part wieder oder schön die ansage waren da wir haben es jetzt auf alle fünf parts geändert bis dann und euer xero